Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Prüfung Nummer 2 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Gutachter führt eine Prüfung des Sachschadens durch. Der Gutachter führt eine Prüfung des Sachschadens durch. Die Prüfung der Steuererklärung ergibt eine Nachzahlung. Die Prüfung der Steuererklärung ergibt eine Nachzahlung. Die Wahlkommission prüft die Gültigkeit der Stimmen. Die Wahlkommission prüft die Gültigkeit der Stimmen. Das Gericht prüft die Beweise und fällt ein Urteil. Das Gericht prüft die Beweise und fällt ein Urteil. Der Historiker prüft die Echtheit des Dokuments. Der Wissenschaftler überprüft die Hypothese durch weitere Experimente. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. 3 1 1 1 2 2 9 9 10 11 13 14